Die AFC Champions League 2014 war die 12. Spielzeit des wichtigsten asiatischen Wettbewerbs für Vereinsmannschaften im Fußball unter dieser Bezeichnung und die 33. insgesamt. Am Wettbewerb nahmen 47 Klubs aus 19 Landesverbänden teil. Die Saison begann mit der ersten Qualifikationsrunde am 29. Januar und wurde mit dem Rückspiel des Finales am 1. November 2014 im Königfahrtstadion. In Riyadh, der Hauptstadt von Saudi-Arabien, beendet. Western Sydney Wanderers gewann den Wettbewerb durch ein 1 zu 0 im Hinspiel und ein 0 zu 0 im Rückspiel gegen Al-Hilal und qualifizierte sich damit für die FIFA-Club-Weltmeisterschaft 2014. Titelverteidiger Guangzhou Enver Grande war im Viertelfinale gegen den späteren Sieger ausgeschieden. Qualifikation Die AFC legte die teilnahmeberechtigten Verbandsmitgliedern am 26. November 2013 fest. Folgende Kriterien wurden am 12. März 2013 vorgeschlagen. Die besten 23 Verbände dürfen sich für den Wettbewerb bewerben. Sie erhalten Punkte gemäß dem AFC-Punkte-System. Die Ost- und Westzonen örteten jeweils 14 Plätze in der Gruppenphase. Die verbliebenen zwei Plätzen pro Zone werden durch die Playoffs entschieden. Jeder Verband muss mindestens 600 von 1000 möglichen Punkten erreichen, um Mannschaften an die AFC Champions League zu entsenden. Die Plätze für die Gruppenphase und die Playoffs werden nach folgender Rangierung vergeben. Die beiden bestplatzierten Verbände erhalten vier Startplätze in der Gruppenphase. Die drittplatzierten Verbände erhalten drei Startplätze in der Gruppenphase und einen Playoff-Platz. Die viertplatzierten Verbände erhalten zwei Startplätze in der Gruppenphase und zwei Playoff-Plätze. Die fünftplatzierten Verbände erhalten einen Startplatz in der Gruppenphase und zwei Playoff-Platze. Die Verbände zwischen Platz 6 und 11 erhalten einen Playoff-Platz. Der Maximalanzahl von Vereinen aus einem Verband darf nicht mehr als einen Drittel der Gesamtzahl der Vereine der Ersten Liga sein. Die AFC-Cup-Sieger und Finalisten erhalten einen Playoff-Platz unabhängig vom Ranking ihres Verbandes. Soweit die Klubs die Minimum-Kriterien erfüllen. Am 26. November 2013 wurden die Startplätze für die AFC Champions League 2014 festgelegt. Die 47 Startplätze wurden aufgrund der oben genannten Kriterien vergeben, jedoch wurde teilweise leicht davon abgewichen. Bemerkungen qualifizierte Mannschaften Folgende Mannschaften haben sich qualifiziert. Bemerkungen bei Teams, welche sich über mehrere Wettbewerbe qualifiziert haben, wird nur der jeweils höhere Titel angegeben. Modus In der Gruppenphase spielten 32 Mannschaften in acht Gruppen mit jeweils vier Teams im Liga-Modus. Dabei wurden die Mannschaften nach geografischen Gesichtspunkten aufgeteilt. In den Gruppen A bis D spielten die Teams aus West- und Zentralasien. In den Gruppen E bis H traten die Mannschaften aus Ost- und Südostasien an. Die beiden Gruppenersten qualifizierten sich für die Finalrunde der letzten 16. Das Turnier wurde mit der Drei-Punkt-Regel ausgetragen. Das Viertelfinale wurde ausgelost, es konnten jedoch nicht zwei Mannschaften aus einem Land direkt aufeinandertreffen. Die Mannschaften spielten im K.O.-System mit Hin- und Rückspiel den Turniersieger aus, wobei die Auswärtstorregel galt. Stand auch im Rückspiel nach regulärer Spielzeit und Verlängerung kein Sieger fest, wurde der Sieger im Elfmeterschießen ermittelt. Der Turniersieger qualifizierte sich für die FIFA-Club-Weltmeisterschaft 2014 in Marokko. Spielplan 1. Qualifikationsrunde 2. Februar 2. Qualifikationsrunde 8. Februar 3. Qualifikationsrunde 15. Februar Gruppenphase 25. 26. Februar 11. 12. März 18. 19. März 1. 2. April 15. 16. April 22. 23. April 8. Finale 6. 7. Mai 13. 14. Mai Viertelfinale 19. 20. August 26. 27. August Halbfinale 16. 17. September 30. September 1. Oktober Finale 25. Oktober 1. November Qualifikationsrunde 1. Runde 2. Runde 3. Runde Gruppenphase Die Gruppenphase wurde ebenfalls am 10. Dezember 2013 ausgelost. Die 32 Mannschaften wurden in 8 Gruppen mit je 4 Teilnehmern gelost. Teams aus demselben Land konnten nicht in dieselbe Gruppe gelost werden. Jeder spielte gegen jeden ein Hin- und ein Rückspiel. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe erreichten das Achtelfinale. Die Tabellen wurden nach folgenden Regeln erstellt. Anzahl Punkte Punkte aus Direktbegegnungen Anzahl erzielte Treffer in Direktbegegnung Tordifferenz in allen Begegnungen der Gruppe Anzahl erzielte Treffer in allen Begegnungen der Gruppe Elfmeterschießen der betreffenden Teams Niedriger Fairplay-Wert Lossentscheid Gruppe A, Gruppe B, Gruppe C, Gruppe D, Gruppe E, Gruppe F, Gruppe G, Gruppe H Die Hinspiele fanden am 6. und 7. Mai statt Die Rückspiele am 13. und 14. Mai In der Runde der letzten 16 spielten die Gruppensieger gegen Zweitplatzierte jeweils einer anderen Gruppe derselben Zone Die Gruppensieger hatten beim Rückspielheim Vorteil Die Hinspiele fanden am 19. und 20. August statt Die Rückspiele am 26. und 27. August In der Runde der letzten 8 spielten Mannschaften derselben Zone gegeneinander Die Hinspiele fanden am 16. und 17. September die Rückspiele am 30. September und 1. Oktober statt Hinspiel-Rückspiel-Torschützen Hinspiel-Rückspiel-Torschützen Hinspiel-Rückspiel-Torschützen